call of duty ghost leute ist es nun scheiße oder nicht und somit herzlich willkommen leute ja ich bin daddy ihr wisst und heute das thema call of duty ist es gut oder schlecht man munkelt nur und ja in dem folgenden video was ihr jetzt gleich sehen wird nach der kurzen einlage hier werdet ihr so paar sachen sehen wo ich gekillt worden bin wo ich dann gespawnt worden bin und wieder gekillt worden bin oder wo ich halt mal bisschen so mit der sniper oder so paar leute weggenommen habe aber hauptsächlich geht es um die situation wie man gekillt wird es ist manchmal so unlogisch ich verstehe es einfach nicht das sind so gründe da könnte ich richtig ausrasten aber nichtsdestotrotz schaut euch das video an sagt mir eure meinung in den kommentaren und viel spaß leute und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018